Oh, wer ist das? Ein Mädchen aus meinem Kurs. Null Freunde? Wie schräg ist das denn? Sie durchforstet alles, was ich je gepostet habe. Sie ist verrückt. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich weiß nicht, was du meinst. Dein Geburtstagsessen, ich hab es gesehen. Weißt du, wie es ist, allein zu sein? Wieso hängst du mit ihr rum? Du bist eine verdammte Lügnerin, genau wie ein... Ich hab den medizinischen Bericht gesehen. Total verrückt. So sieht ein Code normalerweise aus, nicht so. Was ist das? Keine Ahnung. Hier muss doch irgendwas sein. Etwas, das uns weiterhelfen kann. Lösch deinen Account. Du weißt, dass ich das nicht kann.